Ja, unsere Zentrale wurde von den Nachbarn informiert. Die Anwohner wollen gestern beobachtet haben, wie der Mann hier Tüten und Teppiche aus seiner Wohnung geschleppt und sich in höchstem Maße verdächtig verhalten hat. Wollen wir mal gucken. Das hat aber nichts zu bedeuten. Das ist eine reine Routinekontrolle. Ta-ta, Gentlemen. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Doch. Polizei. Näher, bitte. Ihre Nachbarn behaupten, Sie hätten gestern eine Menge verdächtiges Zeug aus der Wohnung geschleppt. Stimmt das? Selbstverständlich kann ich Ihnen darüber gerne Auskunft geben, Gentlemen. Wenn Sie mich einen Moment entschuldigen würden, ich muss nur kurz meinen Herd ausschalten. Ich bereite mir nämlich gerade eine Mahlzeit zu. Oh, verdammt den für'n Vogel. Hast du die Maske gesehen? Spielt Eishockey in seiner Bude. Sieht das da.